Ach, der Hausmeister ist ja auch da. Guten Tag. Was steht auf dem Schild? Wenn du auf Toilette gehst, Schlüsselmittel ohne Schlüssel. Jan! Jan, denkst du an die Deutschprüfung, die morgen früh im Deutschraum ist? Ja, natürlich, Herr Minister Goethe. Es sind noch keine Wörterbücher im Raum, Stifte und leeres Papier fehlen auch. Ich bin schon zu Hause. Ich mache das morgen früh. Du gehst doch morgen früh, wie jede Woche, zum Schwimmen, oder? Machen Sie sich keine Sorgen. Morgen früh ist alles fertig. Gut, danke.